Alter, Alter, lass mich, lass mich. So ein Penner. So ein Penner. Puh. Mach mal nicht, Mann. Er kommt, kann nicht reden. Ja, klasse. Also man sieht schon alle, die irgendwie mit dem Marker Kontakt hatten. Kaputt. Total im Arsch. Ja, noch ein Energieknoten. Super geil. Den nehmen wir natürlich mit Kusshand. So, kleiner Sicherheitsspeicher. Tut immer ab und zu ganz gut. Warte, Hallo. Oh je. Jetzt kommen wir eher so ein bisschen so in den Maschinellen, Industriellenkomplex. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich entsinne mich. Oh nein. Das ist auch eine miese Stelle. Ihr erinnert euch vorhin an die hässlichen Scheißviecher irgendwie. Die, ähm, die, na sagt man schnell, die in der Unitology, äh, äh, Kirche waren. Die sich so verdammt schnell bewegt haben. Hier, holen sie auf uns. Das Schlimme ist, noch kommt keiner von denen. Glaube ich zumindestens. Glauben zumindest, dass sie jetzt noch nicht kommen. Aber... ...demnächst. Kling. Okay. Okay. Drei Stück. Shit! Also, die Taktik ist einfach fancy. Wartet jetzt? So. Okay, also wenn man vielleicht mal eine gute Position hat, dann geht es. Aber dennoch eine schöne Szene, eine schöne Sequenz. Okay. Guti. Dann laufen wir mal hier hin. Und hacken das Panel. Aber das ist gut. Oh, 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 oh. So. Wartungs-Zurren. So, warte, alle. Ach Gott. Überall ist Blut. Die Schrauben sind so fest. Ich glaube, bei ihm sind sie so locker. Whatever it takes. Direkte tightening. Oh, die scheinen sich verteidigen zu können. Ein bisschen Glück. Oh, die scheinen sich verteidigen. Komm her, du Stück Scheiße. Du willst ein Stück von mir, ja? Oh, hey, hey. Bleiben Sie zurück. Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Dann wenigstens, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Okay. Bleibt cool. Bleibt cool. Alles ist gut. So. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür. Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht. Okay? Warten Sie. Warten Sie. Ja. Na bitte. So, wir hätten hier gesehen. Lag noch was? Something blue. Impulsprojektile. Das ist natürlich geil. Das ist die Munition, die Fadi haben will. Nice. Okay. Na dann. Ja. That's the way. Ich guck mal gerade. Ist mir hier noch irgendwas? Tja, das ärgert mich irgendwie, dass ich vorhin da... Ich weiß gar nicht, was das war. Das muss wahrscheinlich auch ein Schema gewesen sein. Was unten in der unteren Intage lag. Irgendwie in der Mauer. Oh, wir können es mal auf die hinsetzen. So, Freunde. Captain Pimpelpopper ist am Start. Na, ihr habt euch ja in der Zwischenzeit hier mal einen schönen Bunten gemacht, Freunde. Das sieht ja toll aus. Oh, fies. Ja, irgendwas ist immer noch nicht ganz so geil hier. Okay, anscheinend an der Decke oder irgendwas. Ja, wo, wie? Ja, wo, wie? Ja, ist das? Das ist so eklig, Alter. Das ist so eklig. So. Energieknoten. Zoom, Zoom, Zoom. Locked. Fies, Alter. Fies. Das ist total der Hinterhalt. Nicht Schweine. Titanstation, Elementary. Oh nein. Oh nein. So, hier kotzt, wuckt doch noch irgendwo einer. Ach da. So ist jetzt hier gut. Oder was? Sag mal. So. Kinderstation. Total geil. Oh nein. Macht das nicht, macht das nicht. Na dann seht ihr aber, was passiert. Oh Gott. Oh Gott. So, Spielzeit ist vorbei, Freunde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also ich möchte jetzt auch nicht inflationär benutzen, so, aber so Horror mit Kindern ist so ja nicht mein Zahn. Also Benni hatte glaube ich auch schon ein sehr lange Monologe darüber erhalten, dass es echt widerlich ist und einfach nur fies, einfach nur fies ist. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Und Verdi ist mal weg. Oh Gott. Oh, haben die alle die Dekkenjagen. Oh Gott. Wieso? Scheiße. Im Prinzip hier, ja, wenn ihr jetzt alle Tiere nicht so einfach komplett durch den Fleischwolf gedreht wollen, werdet wahrscheinlich ein echt schönes Zimmer irgendwie, ne, wenn es halt vernünftig beleuchtet ist, aber halt, das ist schon, das ist schon schön gemacht. Aber nein, aber nein, es muss ja alles wieder hier schlimm sein. Kommt, Angst. Und wer muss hier aufräumen? Icke. Ja, wash your hands. Shit. Okay, textlock. Die Kinder sind viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sich Schüler mit Kratzern und Ausschürfungen hier fast die Klinik in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzungen waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten. Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu den Problemen, den Kindern auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig wehzutun. Das All ist in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Amen, Alter. Ja. Frische Luft und auspowern, irgendwie. Wenn Kinder nicht schmuddelig oder nicht dreckig nach Hause kommen, haben sie was falsch gemacht, wie es so schön heißt. Mit dreckigen Klamotten. Äh, Päuschen? Uuuuh... 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 Ich mach's ja nicht gerne. Galactylode. Okay. Scheiße. Ich mach's ja nicht gerne.